und herzlich willkommen zu neuen video von mir wieder und zitter meine erste runde im neuen modus was gerade rausgekommen ist beziehungsweise was dienstag rausgekommen ist ist einfach nuketown modus aber halt der vorgestellten modus ihr wisst ich war ja generell nuketown modus wie ihr wahrscheinlich auch ist jetzt sehr geil und das ist jetzt einfach ein modus wo einfach noch der nuketown modus ist mit geileren lobbies weil er vorgestellt ist auf jeden fall sehr sehr nice ich werde auf jeden fall richtig viel streamen auch auf twitch ihr könnt mir da gerne auch folgen hier ist mein twitch account einfach auf twitch befreut unterstrich natürlich link ist in der video beschreibung könnt ihr gerne abchecken wie ihr seht auch hier ist fast jeden tag und das noch mehrere stunden sogar wird mich wirklich sehr freuen wenn ihr da vorbeischauen würdet ihr müsst auch nicht immer im stream sein oder so ihr könnt einfach auch den stream hinter und laufen lassen das ist auch ganz großer support und hat auf jeden fall sehr auf das gameplay gespannt meine erste runde nach über einer woche auch wieder normal core gespielt und das war meine erste runde dann war wirklich sehr sehr krank gebt euch das vielleicht die triple man weiß es nicht und dann würde ich sagen ja let's go mit dem video eine woche durch hardcore gespielt und jetzt wie komisch fühlt sich das an ohne ding zu spielen richtig komisch ja egal warum startet die net so danke egal was geht raus ich habe einfach ich habe noch kein s ich habe noch kein leben leider ich tue mir schwer ein bisschen es wird sich so komisch an die wie gerade zu spielen nein der ist oben sehr gut team mit ui guck mal der mega abschuss guck mal memo die kass ich habe keine weniger es ist anscheinend wirklich kein double xp leute hier ja es ist wirklich für die leute was da blick haben wollen es ist anscheinend kein double xp drinnen das ist natürlich schade für die leute dann für mich ist es ja natürlich egal da werden aber die übelst geilen lobbies drin sein das heißt für mich eine ganze woche wieder durchzocken und auf nukes gehen digga 3c bro munition brodo brodo i'm a brodo ey nein oh mein gott da gehen wir dann direkt mal auf die double b müssen wir einnehmen leute dann müssen wir einnehmen ich muss damit mir noch bei oberen ich mache das sonst mit jemanden obwohl das komische städte als hat sie mit der leute mitte mit das einsatz im stellen es läuft ein bisschen dumm da auf wir müssen gleich dann als c oder a erobern leute den marcia ein auf ehre ist ja mal ich könnte dann auf dabei theoretisch gehen wir können natürlich dann ruhig ein bisschen hierher kommen auch das ist so nice wenn ich hier dabei machen können das wäre ultra nice also zehn müssen wir mit der ober leute ihre danke mails vielleicht liegt am boden dauert so so Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017